Hey Pete, was gibt's? Ich versuche zu ihm vorzudringen. Vordringen? Da wimmelt es von Wachen. Wie willst du zu ihm vordringen? Sehr, sehr unauffällig. Ich muss los, Partner. In ein Sable-Lager einschleichen. Das kann schiefgehen. Ich muss zum Central Park. Level 8, clear. We've got an 1165 on the... ...we've got an 11. Gshh, we've got an 11. Gshh, we've got an 11. Wuhh! Wuhh! Halt, Agent! Toll! Hatte ganz vergessen, wie viel Spaß das macht! Wuhh! Reporter unter Beschuss. Wiederhole. Stehen unter Beschuss. Ha, Doc hat sich gemeldet. Den Wrestler habe ich mit meinen neuen Kräften besiegt. Ich hatte noch nie so viel Geld in meinem Leben. Und seitdem auch nicht. Hallo? Hallo? Danke. Okay, jetzt höre ich mir Docs Nachricht zu Ende an. Peter, ich hatte eine Erleuchtung. Es geht nur um den Geist. Sehen Sie mich an. Ein Geist von unendlichem Potential, gefangen in einem verbrauchten Körper. Was dieser Geist erreichen könnte... Mist. Vordringen? Da wimmelt es von Wachen. Wie willst du zu ihm vordringen? Sehr, sehr unauffällig. Ich muss los, Partner. Standish ist irgendwo da drinnen. Ich muss an der Wache vorbei. Mal sehen, ob die Köder von Pete funktionieren. Das Loch im Zaun sieht gut aus. Nur noch die Wache ablenken. Wer kam auf die brillante Idee, Strom an Zäune anzulegen? Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich. aus dem weg kumpel ich muss weiter jetzt ich sehe nach unserem hausgast du bleibst hier verstanden hausgast muss denn das sein er ist hier irgendwo ich muss ihn von der treppe wegbekommen was ist das die dämonen töten jeden der mit dem teufels atem zu tun hat ist endlich ist ein echter gefahr hab's weiter jetzt das händisch ich wusste es ich muss zu dem zelt kommen generator gestört das lenkt ihn nicht lange ab wie sieht es aus ist der konvoi bereit alles bereit sobald der befehl kommt wird michael an den neuen sich Moment! Mist. Generator gestört. Das lenkt ihn nicht lange ab. Zentrale, alles ruhig. Erholen, alles ruhig. Wie sieht's aus? Ist der Konvoi bereit? Alles bereit. Sobald der Befehl kommt, wird Michaels an den neuen, sicheren Ort gebracht. Sie bringen ihn weg. Ich muss wissen, wohin, sonst ist unsere Chance vertan. Zentrale, ich hab was gehört. Geh auf Patrouille. Nichts. Sektor ist sauber. Nichts. 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 Los, los, los. Los, los, los. Nichts. Nichts. Ich hab was gehört. Gehe auf Patrouille. Nichts. Sektor ist sauber. Okay. Keine Vorkommnis der Zentrale. Zur Hölle war das. Geschafft. Nichts. Sektor ist sauber. Nichts. Sektor ist sauber. Sieht richtig aus. Sichere Orte. Wenn Dr. Michaels an einem ist, weiß Stendish an welchem. Da ist Stendish's Zelt. Unglaublich, dass Michaels den Teufels Atem mit sich herumträgt. Osborne will ihm keinem anderen anvertrauen. Hoffentlich rächt sich das nicht für ihn. Oder uns. Schon wieder. Was ist mit dem Licht los? Zentrale. Keine Vorkommnisse. Stand by, Zentrale. Ich hab was gehört. Bleibt wachsam. Ich glaub, wir haben Besuch. Los jetzt. Ja. Zentrale. Na los, na los. Hier ist vielleicht was Zentrales. Stand by. Was? Wer ist da? Charles Standish? Du ein Mist! Ich gehöre weder zu den Dämonen noch zu Sable. Ich bin Reporterin. Und ich will auch Lee aufhalten. So wie sie. Watson. Ihre Verfasserzeile kenne ich. Sable hört mich nicht an. Sie hat Michaels in der Bowery. Morgen Mittag bringen sie ihn zu einem neuen, sicheren Ort. Aber sie ignoriert Grand Central völlig. Grand Central? Die Dämonen haben es erwähnt, als sie mich festgehalten haben. Sie wollen dort... Was, Charles? Was wollen die Dämonen in Grand Central? Ist das... Was zum... Charles! Oh! Was zur Hölle? Der gehörte nicht zu Sable. Definitiv keiner von Sable. Tut mir leid, Charlie. Ich brauch ihr Verstärkung. Okay, Zeit zu gehen. Halt! Nein! Er weiß etwas! Tja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020